Servus, grüße euch Weidmannsheil und Schützenheil. Ich bin der Markus von der Firma Rottner und stelle euch den Waffenschrank Winchester 10 vor. Hier in der Ausführung mit Doppelpartschloss, aber auch mit Elektronikschloss erhältlich. In Österreich darf in diesem Waffenschrank eine unbegrenzte Anzahl von Lang- und Kurzwaffen aufbewahrt werden, sowie deren Munition. In Deutschland darf in diesem Waffenschrank, da der Schrank der Sicherheitsklasse 0 nach EN 1143-1 entspricht, eine unbegrenzte Anzahl von Lang-Waffen sowie deren Munition und bis zu 5 erlaubnispflichtige Kurzwaffen und die dazugehörige Munition aufbewahrt werden. Wichtig in Deutschland! Die Waffe darf nicht teilgeladen oder geladen im Waffenschrank aufbewahrt werden. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Stück Doppelpartschlüssel. Das Montagematerial, um den Waffenschrank entweder am Boden oder an der Rückwand zu verankern. Vier Fachböden, die in der Höhe verstellbar und herausnehmbar sind, sowie Schaumstoff-Waffenhalter für bis zu zehn Lang-Waffen. Mehr Informationen zu unseren Waffenschränken sowie unseren Produkten findet ihr unter www.rottner-tresor.at. Und bei Fragen stehen wir euch gerne zur Verfügung. Pfiat euch!